Hallo Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Lara at the Movies in unserem nächsten Kinofilm schon wieder. Und zwar heißt es Der Hund von Base Kivill. Ich habe euch mal den Inhalt dieses Romans, wie es hier beschrieben ist, rausgesucht und lese euch das gerade mal vor, damit ihr wisst, um was es in diesem Kinofilm so grob geht. Also hier steht, Wikipedia, der Roman spielt in England des späten 19. Jahrhunderts in der Region Dartmoor. Auf der Familie Base Kivill lastet ein dämonischer Fluch, wie aus einem Familiendokument aus dem Jahre 1742 hervorgeht. Während des englischen Bürgerkrieges hatte der betrunkene Sir Hugo Base Kivill eine junge Frau zu Tode gehetzt, das ihm nicht zu Willen sein wollte und wurde danach von einem geheimnisvollen Hund im Moor angefallen und getötet. Seitdem treibt sich der Sage nach ein monströser, heulender Hund in den Mooren herum, die den Sitz der Familie umgeben. Ja, das ist so die ganz grobe Rahmengeschichte dieses Films und da bin ich mal gespannt, was für ein Fluch hier auf uns zukommt und vor allem, was für ein monströser Hund sich hier irgendwo im Moor befindet. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich habe dieses Level sehr interessant in Erinnerung. Und das ist wohl so ein bisschen ein Detektiv-Roman, worauf das beruht. Und ja, dann sind wir einfach mal die nächsten paar Folgen ein bisschen detektiv und schauen mal, was wir hier in diesem Dorf so herausfinden können über diesen Fluch, über die Sage des monströsen Hundes. Jetzt ist nur die Frage, wo fangen wir an? Wir gehen doch einfach erstmal hier rein und schauen uns mal ein bisschen um. So, hier ist schon mal eine Landkarte. Und, oh oh, da sind sie schon, die Hunde. Oh mein Gott. Seht ihr das? Also das trifft doch die Filmbeschreibung schon mal ziemlich gut. Und hier hat jemand um Hilfe geschrien. Da ist wahrscheinlich jemand an diesen Hunden gestorben. Das sind so halbtote Hunde. Also, ich weiß auch nicht. Das ist ziemlich creepy. Aber hier ist zumindest ein Schlüssel. Den können wir sicher später gebrauchen. Das ist schon mal sehr gut. Und ich bin mal gespannt, ob man hier diese Regale durchforsten kann. Vielleicht müsste da einen Schritt zurückgehen. Aber das macht Lara nicht. Okay. Hier liegt auch nichts. Hier könnte der Schlüssel reinpassen. Hier sind überall Schlüssellöcher. Ich glaube, wir müssen in diesem Level wieder sehr viele Schlüssel suchen. Wie das ja auch im letzten Level schon der Fall war. Und diese Tür geht wahrscheinlich nur von da innen irgendwie auf. Das heißt, das können wir vorerst vergessen. Ja, und drückt noch einfach mal den Schalter. Mal gucken, was dann passiert. Wir haben eine Leuchtstoffröhre angeschaltet. Die aber ein bisschen flimmert. Erhöht so ein bisschen den Gruselfaktor zumindest. Auf jeden Fall passt hier der Schlüssel schon mal nicht rein. Aber vielleicht hier. Auch nicht. Gut. Dann haben wir hier drin eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Und zwar einmal hier durch diese Tür zu gehen. Die müsste ja öffnen gehen. Genau. Und wir sollten vielleicht auch einfach mal uns bewaffnen. Bevor wieder so ein Hund kommt. Hier, das ist voll die Tomb Raider, drei Laras Anwesen, Schwimmhallen oder Badezimmertapete. Ein Badezimmer ist das doch. Und da ist ein Pilz auf dem Medipack. Das ist ja auch süß. Seht ihr das? Das kleine Medipack ist normal. Bei dem großen ist ein schöner Pilz drauf. Sieht ein bisschen aus wie so ein Rotfußröhling. Oder sowas. Oder eine Rotkappe. Ich gehe ja am Herbst sehr gerne Pilze suchen. Aber hier drin weiter zu suchen, macht glaube ich wenig Sinn. Weil das glaube ich nur ein Räumchen mit einem großen Medipack war. Das war glaube ich alles. Das heißt, dann können wir wieder hier raus gehen. Und sehen mal weiter. Ich glaube wir können komplett hier raus, weil hier brauchen wir zwei Schlüssel. Vorher kommen wir hier nicht weiter. Dann schauen wir doch mal hier draußen weiter. Hier drüben gibt es nämlich auch so eine Tür, die wir mal öffnen könnten. Und dann schauen wir doch da mal rein. Das öffnet sich bestimmt auch später irgendwann mal. Hier steht schon wieder Hilfe an der Wand. Help. Aber hier sind keine Hunde, die uns attackieren. Das ist ja schon mal gut. Und hier ist sehr viel Blut. Also das ist auch irgendwie ein Horrorfilm, oder? Das ist doch schon wieder Horror hier alles. Mit Detektiv verbunden. Ein Detektiv-Horror-Film. So, drücken wir mal den Schalter. Okay. Aber wo war das? Ich glaube die Stelle kennen wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir da schon mal eine Deckenluke geöffnet. Was sehr hilfreich sein kann. Es sei denn, das ist hier. War das das hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt man hier schlecht hoch. Und das war hier auch nicht. Ich glaube das war ein anderer Raum. Den müssen wir wahrscheinlich noch finden. Vielleicht finden wir auch irgendwann mal eine Brechstange, dass wir so Türen vielleicht so aufhebeln können. Aber momentan sind wir hier glaube ich noch. Hier sind wir noch auf der falschen Spur. Da müssen wir noch mal rausgehen und da weiter sehen. Haben wir noch einen Schlüssel. So ist es ja nett. Und hier vor allem ist auch noch ein Loch im Boden. Da kann man ja auch mal reingehen. Mal schauen, was sich hier unten im dunklen Keller verbirgt. Oh, eine Truhe. Die sehr cool aussieht. So mit diesem Holzoptik-Style. Mal gucken, ob hier dieser Tomb Raider 4 Bug funktioniert. Wo man dann noch mal das aufheben kann. Aber dafür würde ich erst diese Viecher loswerden wollen. Die müssen wir erst loswerden. Weil aus den Kisten kann man immer die Items, die man bekommt, doppelt herausholen. Ich glaube wir haben sie abgehängt schon, oder? Sind die jetzt hier unten drin? Ich glaube wir haben sie abgehängt. Das ist gut. Dann heben wir doch jetzt in Ruhe noch ein zweites Mal unsere Fackeln auf. Ganz einfach, weil wir es können. So. Und dann hat man das Ganze zweimal. Aber ich glaube dreimal funktioniert es nicht. Nö, funktioniert nur zweimal. Aber hier ist noch... Oh, hier sind schon wieder diese Viecher. Na dann, schnell wieder raus. Aber die haben wir ja auch sehr schnell wieder abgehängt. Also von daher alles gut. So. Sehr schön. Hier sind zwei schöne Lagerfeuer, wo wir uns hinsetzen könnten. Oder ein bisschen... Hier hätte ich euch die Geschichte von dem Hund von Basecowell erzählen können. Hier schön am Lagerfeuer. Aber man sieht es schon an diesem dunklen Himmel und vor allem auch an diesen düsteren Bäumen, dass das wieder mal so ein Horror-Level ist. Mit Blut überströmt. An dem Fenster sieht man das auch sehr gut. Ich glaube, das Level versteht keinen Spaß. Kann man hier hochklettern? Nö. Aber wir können bestimmt den Schlüssel entweder hier oder da drüben bei der Tür einsetzen. Also hier geht es schon mal nicht. Dann probieren wir es mal hier. Jawohl. Da kommen wir doch rein. Und das ist vielleicht sogar die Hütte, wo wir diese Deckenluke geöffnet haben. Wer weiß. Oh oh. Ein Hund von Basecowell. Wo ist er denn? Hier. Ein Schuss und tot ist das Vieh. Das war ja vorher schon halbtot. Und hier brauchen wir erneut einen Schlüssel. Wahnsinn, was man hier wieder einen Schlüssel braucht. Das ist schon mal gut. Und hier oben haben wir nämlich diese Tür geöffnet. Genau. Das war nämlich der Raum mit diesem Bild, mit dieser Blume an der Wand. Das habe ich mir versucht zu merken. Hier ist noch ein Schalter. Den drücken wir auch gleich mal. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, diese Lichter anzumachen. Aber egal. Auf jeden Fall hier an diesen Regalen kann man wirklich nichts tun. Ne, da macht Lara nichts. Aber was bringt immer dieser Schalter mit den Leuchtstoffröhren? Das ist für mich noch ein Rätsel. Das ist vielleicht einfach nur ein Gimmick, dass man das Licht an- und ausschalten kann und mehr vielleicht nicht. Aber deswegen gucken wir jetzt erstmal hier oben rein, weil da unten bringt uns das erstmal nichts. Und hier flimmert auch wieder das Licht. Ich finde, das hat so ein bisschen RX-Tex-Bergwerk-Style. Von Tomb Raider 3. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ausgelöst hat. Aber hier ist die Schrotflinte. Das ist schon mal gut. Nehmen wir mit. Aber ich habe keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Schalter bezweckt haben. Das ist eine Frage. Eine gute Frage. Was ist das hier? Da kommen wir so auch nicht rein. Das ist ja auch merkwürdig. Aber hier gibt es ja noch zwei Wege. Einmal hier. Da kommen wir auch nicht rein. Sowas kann Lara ja nicht. Da drüber klettern. Aber hier geht es noch lang. Aber jetzt sehen wir gar nichts mehr. Ohne Fackeln wäre man hier glaube ich ziemlich aufgeschmissen. Es sei denn, wir machen jetzt hier das Licht an. Jawohl. Jetzt sieht man wenigstens ein bisschen was. Und da ist ein Hund. Der mich nicht mal erschreckt hat. Aber das ist eigentlich so eine Stelle, wo man sich total erschreckt, wenn ein Hund um die Ecke kommt. Aber diesmal hat mich das irgendwie voll kalt gelassen. Hier ist noch ein Hebel. Der hat jetzt irgendwas gemacht. Ich hab's gehört. Irgend so eine Luke hat sich geschlossen oder geöffnet. Das ist schon mal gut. Aber wo ist die Frage? Einfach erstmal alle Schalter drücken, die irgendwie drücken gehen. Das ist so die erste Devise. Schauen wir doch mal die Richtung. Aber wir haben doch jetzt den Ausgang zugemacht, oder? Wir haben doch jetzt den Ausgang hier zugemacht dadurch, oder? Oder muss ich das rückgängig machen? Keine Ahnung. Also den sollten wir auf jeden Fall mal gezogen lassen. Aber das hier finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Weil da müssen wir wieder rauskommen. Also gehen wir jetzt nochmal hier rum und machen das nochmal rückgängig. Weil verstanden habe ich das hier oben noch nicht. Aber das hatten wir doch auch schon mal gedrückt. Das finde ich alles ziemlich merkwürdig. Scheint so ein bisschen Schalterrätsel zu sein. und ich höre Wasser. So, jetzt haben wir die Luke wieder geöffnet. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also wenn wir irgendwie mal nicht weiterkommen, sollten wir uns hier oben nochmal umschauen, weil hiermit bin ich gerade echt überfragt. Gehen wir mal wieder hier raus. das verwirrt mich dann doch zu sehr. Hier liegt auf jeden Fall ein Revolver. Und der Raum wurde uns doch wegen dem einen Hebel gezeigt. Aber was kann man hier machen? Ähm. Irgendwie verweht mich das alles ein bisschen. Naja, was haben wir jetzt gemacht? Oder was ist das wieder für ein Schalter? Das war schon mal ein guter Zug. Da weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Aber jetzt ist die Tür wieder zu. Ähm, jo, kann man hier raus? Ja, weniger. Verstehe ich nicht. Verstehe ich ganz und gar nicht. Und das jetzt hier schließt das, aber öffnet diese Tür. Das heißt, wir müssten das öffnen, um das umgehen zu können, das Problem. Aber das kriegen wir so nicht auf. Es sei denn, hier oben drüber mit dem Schalter, den ich nicht verstanden habe. Das können wir nochmal ausprobieren. Ansonsten bin ich da wieder mal überfragt. Probieren wir es mal aus. zwar der hier um die Ecke, genau. Aber ne, ihr seht, dass die Tür komplett zu bleibt. Das macht keinen Sinn. Höchstens dieser Schalter hier hinten nochmal. der aber doch eigentlich nur diese Leuchtstoffröhre an und ausmacht. Die haben wir doch jetzt schon dreimal angemacht. Die geht irgendwann wieder aus. Oder ist... Hä? Ne, jetzt ist er an. Ist das vielleicht irgendwie auf Zeit? Ich verstehe es nicht. weil hier unten das Ding ist ja zu. Okay, also ich würde sagen, wir machen erstmal, was wir können, weil hier blicke ich einiges gar nicht gerade. Bin ziemlich verwirrt. Aber der Schlüssel passt hier schon mal rein. Das ist schon mal endlich was, was funktioniert. jetzt. Okay. Und das ist, glaube ich, das Wasser da unten, was wir vorhin gehört haben. Hier geht bestimmt das Licht mit aus. Ne, jetzt haben wir irgendwas geöffnet. Ist nur die Frage... Ah, ne, war das die Tür? Oder war das hier drüben vielleicht die Tür, die wir gerade geöffnet haben? Hier unten die. Nö, die ist noch zu. Oh je, also ihr seht schon, das ist wirklich ein Horror-Detektiv-Level und ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break und sehen uns dann hier vor der Schrot-Munition in der nächsten Folge wieder und rätseln dann ein bisschen weiter in diesem Level. Also bis dann, macht's gut, ciao.